So, Ork mit Brötchen habt ihr hoffentlich gegessen. Ich hatte meins, war jetzt nicht eklig, aber Hüter der Eisenberge, ja, Hüter sind ein Nahkämpfer. Unsere Brüder von uns sind angekommen. Euch zu Heimat, wir haben eine Heimat, sehr toll. Das ist sehr nett von euch. Die Orks sind also mutig geworden. Die Zwerge haben wirklich Bogenschützen. Das ist neu. Hab ich so noch nicht gesehen. Zwerge mit Bogenschützen? Das ist neu. Baut eine Kaserne und eine Schmiede im sicheren Schutz der Basis. Ja, ich will erstmal eine Infrastruktur bauen. Das haben wir hier die Halle der Krieger errichten. Genau. Ähm, du baust aber trotzdem weiter Infrastruktur, weil... Nur mit genügend, äh, ja, Einheiten, äh, Rohstoffen kann man Einheiten produzieren. Oh Gott, sind die schon wieder zu dumm, sich hier richtig aufzustellen? Ja, sind sie. Oh Gott, ich hab vergessen, wie bescheuert diese KI ist. Ja, aufs Tor können wir keine Einheiten stellen. Na, ist ja auf gut Deutsch gesagt so dumm, die sind. Wunderschön. Gut, Halle der Krieger. Ähm, Eisenberge. Hier kann man jetzt halt, ähm, die, ja. Ähm, ich nehm aber jetzt die Eisenbergzwerge. Fuck the... Sweet Jesus. You must be kidding me. Sweet Mother Jesus. Ich sollte weniger diskutieren? Und mehr reden. Was? Was? Das macht keinen Sinn. Weniger diskutieren, mehr reden. Bin ich eigentlich von allen guten Geisern. Mach den Weg frei. Also ja, bin ich, aber trotzdem. Wir werden angegriffen. Jetzt wird gekämpft. Fallt nicht zurück. Zieh den Kopf ein. Raucht jemand ein paar Hüter? Die Katapulte machen hier echt zu schaffen. Katapult. Katapult. Also, äh, bisher ist, äh, nur das Katapult schlimm. Okay, ich mach jetzt die mal auf. Damit wir hier auf dieses beschissene Katapult gehen können. Das ist unser größtes Problem momentan. What the fuck? Ach geil, ich kann hier alles mögliche produzieren. Uh, das ist cool. Das gefällt mir. Eisenberge, äh, Achsschredder. Das ist, das ist, das ist, das ist cool. Dass ich hier in der Story jetzt momentan alles mögliche bauen kann. Braucht jemand ein paar Hüter? Genau, wo wollt ihr hin? So, die Katapulte sind kaputt. Dann können wir hier jetzt zumachen. Und das Tor reparieren, weil das hat's gut mitgenommen. Oh Gott, die sind halt, ich mein, so, KI ist halt echt nicht so intelligent. So, Tor reparieren. Wir legen, ich hab halt jetzt halt auch nicht so die Peilung, was ich hier bauen soll. Was haben die hier? Armbrust schützen. Ähm, okay. Eisenberge find ich aber irgendwie doch ganz cool. Ähm, aber ich kann halt die Bogenschützen nicht bauen. Deswegen müssen wir beim Erebo bleiben und Achsschleidere bauen. Ähm, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Genau. Hatte ich noch, hatte ich nicht ein zweites Katapult? Das stelle ich aber mal hier hin. Ah, fuck! Damit hab ich nicht gerechnet, dass die hier so einen Dauerangriff machen. Mach das scheiß Tor wieder auf! Nein, nein, lass es zu! Oh, verdammt. Setzt vielleicht mal eure verdammten Bögen ein. Wie war das? Ah, genau. Ah, und dann rechts klicken. Damit greifen wir alles an, was ich da in dem Weg finde. So, perfekt. Gib mir diesen Steinhagel. Gib es mir. So. Jetzt wird den hier mal ein bisschen eingeheizt. Herrlich. So, die schnappen sich das Katapult. KI finde ich halt wie immer noch sensationell bescheuert. Aber, naja, dafür kann die Mod nichts. Das ist, ähm, der Fehler vom Entwickler. Dessen Name ich nicht mal kenne. Das ist natürlich auch, äh. Widerweise kenne ich den Namen der Entwickler. Diesmal, ähm. 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 Großangriff, okay. Alltet eure Äxte bereit. Alle Helden müssen überleben. Hier können wir nicht bleiben. Wo, wo? Versteckt euch. Haben wir sonst noch Helden? Nein. Die sind irgendwie... Bleibt zusammen, Axtschleuberer. ...auf dem Weg verschwunden. Jetzt wird gekämpft. Verdammt, geht doch rein, meine Güte. Deswegen... ...bauts mit Zwergen geschickt. ...gibt es Mauern. Sind jetzt eure Äxte bereit? ...um sich dahinter zu verstecken. Äxte! Ähm. Was haben wir hier? Kalapult der Eisenberge. Kalapult Ered Luwins. Ähm. Was haben wir hier? Kalapult des Ereboros. Wir nehmen natürlich den Erebor, weil... Äh. Fuck jetzt. Wie sind die vom Erebor? Was haben Ered Luwins? Was haben die hier? Jüter Ered Luwins. Ähm. Ja. Da wollen wir alles mögliche haben. Schön Mischmasch-Zwerge. Herrlich. Wir verwenden nur bestes Material. Ach so. Turm hauen wir hier noch hin. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ähm. Wir erledigen das. Ich komme auch von der Seite. Warte, Jesus. Das könnte jetzt interessant werden. Auch mein PC das verträgt. Mit der... ...Leistung. So. Da haben wir das hier noch rein. Und äh... Katapulte der Eisenberge sind kampfbereit. Ach, hier hätte ich auch noch was hinbekommen. Was haben wir? Ähm. Nie war uns jemand ein Verhütter stärker. Äh. So. Wird schon irgendwie hinhauen. Zwerge! Achtung! Katapultladen! Sind unterwegs! Wut! Holy fuck! Ganz ruhig! Das überrascht mich jetzt. Hätte ich eigentlich mit Rechnen müssen. Nächste bereit! Vorwärts, Schmelge! Ach, shit! Fahrlangs bilden! Vorrücken! Ein robustes Katapult! Das ist gut! Wir werden angegriffen! Warum übersehe ich sowas? Wie kann das angehen? Im Südwesten ist es hier irgendwo. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein intelligentes Schachzug, da jetzt alle hinzuschicken. Wir haben die Schmiede erweitert. Macht euch bereit, Zwerge! Wie gefällt euch das? Seid wachsam! Vorwärts! In Position! Seid wachsam! Auf ins Getümmel! Ich hab grad so ein Problem und das nennt sich... Ich hab keine Ahnung, wo was jetzt... Wo welche ein... Oh Gott! Ich muss echt mehr Aufbus... Also Strategiespiele spielen. Ich verkack in letzter Zeit extrem enorm überall. Aber ich glaub, hier drüben ist immer noch das größere Problem. Aber bald habe ich das Erdbeer wieder parat, dann ist alles in Ordnung. Na ja, dann ist es nicht unbedingt in Ordnung, aber dann sieht's besser aus. Oh, beacht's euch bereit, Zwerge! Wir müssen aufbrechen! Meine Axt gehört dir! Wir müssen nur die Türme kaputt machen, dann haben sie nun... Haben sie zumindest ein Problem, die Mauern zu überwinden. Weil die Türme... äh, Katapulten... Alles andere steht hier drüben. Zieht euch zurück! Ich bin bereit! Ich nehm's zurück! Ähm... Shit! Wir haben grad... wir haben grad zum Problem und das nennt sich nämlich... Das nennt sich nämlich, sie sind hier drüben. Das nennt sich nämlich, sie sind hier drüben. Lügt doch nicht, ich weiß genau, sie haben's nicht! Oh Gott! Für diesen Move werde ich mich jetzt lieben! Oh Gott! Für diesen Move werde ich mich jetzt lieben! Waffenzwerge! Und das Tor ist kaputt! Waffenzwerge! 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 Nein! Nein! Was ist das? Näh... Nein! Boah, das hier brauche ich! Was ist das? Äh... Nein! Äh... Was macht das nochmal? Äh... Mh... Oh ja! Das ist gut! Das ist gut! Das ist herrlich! Wir haben bereits zu viele Toten! Verdammt! Aber... Ich kann's nicht bauen! Warum kann ich's nicht bauen? Sie reißen unsere Gebäude nieder. Sie greifen an! Wir werden... Toll jetzt... Oh Gott! Waff... Der Shit! Ich hab so langsam das Gefühl, wir werden für jede Mission zwei Anhiebe brauchen! Damit es dann beim zweiten Mal funktioniert! Jedenfalls, wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao!